ab ich dachte jetzt wissen aber Achtung über Alvoretz und es ist meist nur ohne und oder das will ich hier mal kurz die 33 Jahr und nimmst du mal ganz kurz bitte danke ja ich hab's nicht hingeworfen das hast du glaube ich sogar schon könnte hier da liegt sie da er lasst es mal noch das Grüne aufsammeln ja alles grüns euch und jetzt noch Kohle und hier hinten geht's auch noch weiter Alter ich hab auch noch Kohle wunderbar Zombie wird abgetrieben hier ist Redstone hast gehört er ist der Abtreiber der Mast Abtreibung mit den armen Zombies der Creeper steckt fest die arme Sau ah ne der wird auch abgetrieben ich hab jetzt noch ein bisschen Kohle geholt die bleiben alle an einer Ecke stecken boah warte mal ganz kurz ich muss da ganz kurz kann man die sehr gut umbringen ich muss uns ganz kurz mal ein bisschen den Wasserzufluss dämmen okay ich hab mir das ein Kripo die ganzen Rest der Sippe entfernt oh oh hier geht's noch weiter und da sind Entomann und da ist Lappes Lazuli und da ist da ist ein Zombie es gibt leider bloß noch keine Emmeralde Werkzeuge Schade ne so ich brauche uns ganz kurz noch ein bisschen weiter Kohle ab aber es gibt ein Skelett na wunderbar und ich hab nicht mehr Leben wetten die Zuschauer werden irgendwann nach meiner Perspektive verlangen aber liebe Leute das geht leider nicht denn ich hab einen so begrenzten Speicherkapazitäten Platz und er ist immer noch und dann natürlich noch Cutting Throw Max ne der Videoschneider schlechthin ja gegen den absoluten Obernoob weil der und ich glaube wir müssen uns hier unten mal kurz eine zweite Base einrichten ja finde ich gut und ehrlich wir bauen wir sollten uns langsam mal ne zuverlässige Essensquellen ja okay wäre ganz gut da ist eine Schweineform könnten wir oben machen hm ich finde ich finde hier so viel Kohle ja dass meine Eisenspitze jetzt fast down ist also ich fände ja besser wenn wir eine Weizenform machen ja können wir machen können wir machen Hauptsache wir haben dann gelügend Essen alter wie viel kommt denn da noch weil sonst können wir solche großen Hüllen Erkundungstouren nicht mehr machen das wird sonst ja ich weiß das hier wird ja schon sooo kommst du dann kurz ja das wird ja schon ekelhaft wenig hier essen wir haben ja wirklich ekelhaft wenig Essen wir müssen uns gerade von Rotten Flesh ernähren mhm und auch bloß um Herzen zu regenerieren ja ich glaub wir sollten aber kurz offscreen uns draußen ein bisschen ähm fuck jetzt hab ich nix mehr mal ganz kurz ich hab ne ich hab Diorit was ist Diorit keine Ahnung ich hab Eisenerz ich hab Granit und Andesit und ich hab ne Enderperle ich hab ne Enderperle gut Max dann brauch ich jetzt mal ganz kurz deine Hilfe ne ne oder scheiße aber Max ich hab ne gute und ne schlechte Nachricht welche würdest du zuerst hören hast du die schlechte gut ja ich hab nix mehr womit wir uns eine Craftingbox bauen können um überhaupt irgendwie neue Spitzern generell etc. zu craften das heißt wir müssen jetzt zu unserer ersten Base zurück ich würd mal sagen wir bauen uns mal einen Gang nach oben jetzt komplett einfach nach oben so senkrecht nach oben buddeln nicht senkrecht nach oben aber äh ne Treppe nach oben dass wir im Notfall raus können und ey den Notfall brauchen wir uns senkrecht nach oben oder zumindest dass wir dass wir ähm Essen uns beschafft Alter weißt was wir jetzt machen müssen pass auf jetzt mal ganz kurz der ähm Höhlenerkundungs äh Abbruch weil erstmal gehen wir jetzt raus und warten bis es Tag ist und dann schlachten wir ein paar viele Schweine ich war mich grad nach oben durch und das stellt sich als keine gute Idee heraus weil da noch mehr Höhlen sind ich 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 bin wieder bei Redstone ey Redstone mag ich ich baue sehr gerne was mit Redstone ja ich weiß besonders solche Geheimtüren mit Pistons dann baue ich die noch ganz kurz ein bisschen ab wieder Höhle aber das Problem ist dass die Höhlen nicht ausgeleuchtet sind ich surfe mal hoch ne ja dann geh ich kurz nach oben weil dann surfe ich gleich mit dir ja warte kurz ich komme weil ich bin wieder zu schwach um zu sprinten ich höre schon wieder ein Skelett rumfuhr werken ey ich glaube wir sollten uns jetzt auch übrigens hier mal eine Treppe bauen Moment ich ja kleinen Moment ich öffne ich habe ein Plusgrad die Koordinaten gespeichert dass man dann schnell wieder dahin können wo wir aufgehört haben wo ich jetzt gerade nebenbei jetzt ganz kurze Treppe ich war mein Screenshot ne so Screenshots view ach egal ich drehe dann kurz oben mal das Wasser ab also also haben wir jetzt zum einen noch flüssig Wasser ne lass lass mal das Wasser an ich mache es nochmal an damit du noch hoch kommst ja aber ansonsten mache ich dann kurz mal aus Photoshop hat sich gerade geöffnet finde ich toll ja ich habe Photoshop Dankeschön Applaus Applaus für deine Worte ah ich kann nicht wieder aus dem Inventar zurück ach doch jetzt bringst mich um weil du mich ertrinken lässt ja mach ich doch richtig so oder Dankeschön kein Ding mach ich immer wieder gerne mach mal Wasser ab weil dort am Ursprung der Quelle baue ich jetzt mal ganz kurz was hin nicht damit die Quelle komplett versiegt aber erstmal so ich müsste aber langsam mal hoch naja jetzt ist das Wasser gerade am abschließen baue ich mich halt hoch weil mit dreieinhalb Herzen ist nicht mehr so viel anzufangen in der Höhle ne oh hier habe ich nochmal Eisen gefunden wo ging es denn jetzt unsere Base das wüsste ich auch gerne aber ich habe eine Idee ich habe eine Idee ganz kurz Moment ich gehe noch das Eisen so von da war da ich glaube hier habe ich wieder im Rückweg gefunden ja ich glaube auch ich habe die alte Base gefunden ja sag an ich habe sie nämlich nicht gefunden teleportier dich einfach mal alter 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 was ich habe ja ich habe ein gigantisches Kohlevorkommen entdeckt mein Escape-Taste geht nicht mehr aber neben dir chill gerade ein Skelett egal ich komme sofort ich baue nur noch kurz dieses gigantische Kohlevorkommen ab meine Escape-Taste funktioniert nicht mehr interessantes Gespräch pass auf Max kannst du kurz rausgehen und uns ein bisschen Essen und Holz beschaffen ja für Bänke und alles so äh für Bänke verdammt für Truhen ja ich warte dann an einer Base auf dich weil mein Kohlevorkommen reicht doch noch ein bisschen ich denke wir bauen die Base ein bisschen weiter drinnen in der Höhle ja denke ich auch halt so ein Knotenpunkt halt das ist sozusagen die letzte Base das ist so die erste Base oh ich habe wieder Eisen gefunden oh nicht cheaten Max ne ich möchte bloß dass ich das hier Tag ist ja ja nur dass Tag ist und mal die Monster weg sind dass ich hier ohne zu sterben hochkomme in unser Haus das ist aber cheaten mein lieber boah fuck ey jetzt jetzt habe ich keinen Plan mehr wo es lang geht aber möchtest du in der Höhle sterben dass alle unsere Sachen weg sind ne noch ein noch eine halbe Hammelkeule habe ich und ich finde den verdammten Rückweg nicht ach doch ich glaube ich habe einen Plan wo es lang geht jetzt kassiere ich ja noch vier Herzen oh nein wo ging es denn hier lang ich habe schon wieder Schweinefleisch ich versuche so viel wie möglich wie möglich Essen noch zu bekommen bevor ich wieder zu dir komme ja gut weil ich ich werde ein bisschen ne komm mach mit in der Aufnahme weil es ist ja sowieso nichts interessanteres die Höhle wird ja sowieso nicht weiter erkundet außerhalb von mir weil ich gerade nicht raus finde aber wenn das da ist dann ist hier richtig ich habe es gefunden ich lege inzwischen mal ein bisschen was wie doch was ich jetzt nur in Minecraft geht meine SK-Tasten nicht mehr ich lass ich nehme mal ich schmeiße mal ein bisschen was in die Kiste rein jo so ich haue erstmal unser Eisenerz rein wobei das mich mal interessiert ja was ist das Theorie kann ich nicht brennen habe ich noch eine kaputte Spitzhacke die hacke ich jetzt auch gleich nochmal weg hier läuft nirgendwo was Essbaues rum und Zombiefleisch haben wir zu wenig ja ich habe uns jetzt nochmal ganz kurz den Rückweg ein bisschen deutlicher markiert also ich habe eins ich habe eins zwei drei vier fünf vierundsechziger Stacks mit Kohle schön für dich ja warte mal ich komme gleich mal hoch und baue noch ein bisschen Holz ab das ist gut dich besorgen wir brauchen ja wie gesagt ein bisschen was für die Kisten da ist ein Hase ich bringe ihn jetzt um kann man den Hasen überhaupt essen ja kannst du kannst du vielleicht diesen Mod hinzufügen dass wenn du die Pferde umbrickst dann Lasagne draus machen kannst das wäre zum einen ganz lustig weil zum einen ja der Wahrheit entspricht ich weiß nicht ob es den Versorber gibt das Hühnchen Hühnchen Chicken Wings mein Abendessen oh ich mach mir jetzt Chick ich mach mir jetzt Chick Mecknagels mit ein ich habe auch gerade einen Hasen noch umgelegt ok da ist ein Schwein bring es um ja ich bin über dir also ich bin jetzt bei dir ich habe Fleisch und da sind Hasen und Hühnchen die werde ich jetzt alle samt umbringen naja bringen sie alle um und ich mach uns kurz ein bisschen Holz vertruhen ja und ich bastel und ich pack dann oben noch die ganzen ja da ist auch ein Hase mit roten Augen der ist evil ach the evil Hase the evil with Hase the evil with Hase ja genau the evil with Hase the evil is with this little Hase the Hase within ja das Horrorspiel des Jahres ja 2000 wie viel Speicherkapazität hast du noch gut gute Frage nächste Frage ne sag mal an nicht dass wir jetzt irgendwie aufnehmen und sinnlos weiter labern obwohl der alles schon vorbei ist ne so schlimm ist es nicht hab noch 272 Gigabyte ich kann nicht mehr ins Menü warum geht das nicht Minecraft bitte findest du Mist ok Max wollen wir wieder reingehen ich geh hoch und braten wir das Fleisch ne wir haben unten wir haben unten ich hab aber oben noch was im Ofen obwohl ne hab ich nicht mehr komm einfach und wie viel Essen hast du wie viel Essen hast du ich hab zwei Hasenkeulen noch zwei rohe Fleisch ein gekochtes Fleisch und zwei äh vier Hühnchenfleisch oh bitte komm einfach mit nach unten ich hab null Hunger einfach gerade ach ja äh hau mal wieder auf nix weiß nicht mehr auf friedlich sondern auf hart ja ja ein Vater so ich bin wieder da wie man vielleicht gehört hat ja ein Vater war gerade hier äh Max hier ist übrigens jetzt der Truhenraum ja ich die beiden Hasen sind für dich wunderbar obwohl ich Hasenkeulen so verabscheue ich